Ich bin Anita Farke und spreche die Exodablog News. Jeder fünfte Deutsche von Armut oder Ausgrenzung bedroht, 2 zum 23. Jeder fünfte in Deutschland droht von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen zu sein. Jeder fünfte in Deutschland droht von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen zu sein. Neue Daten zeigen besorgniserregende Trends in Bezug auf Armut und soziale Ausgrenzung in Deutschland auf. Angesichts einer steigenden Ungleichheit in Bezug auf Einkommen und Vermögen ist etwa jeder fünfte von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Obdachlosigkeit, knappe Ressourcen und mangelnde Chancen auf eine angemessene Arbeit sind Faktoren, die dazu beitragen, dass eine steigende Anzahl von Menschen in Deutschland in diese Stigmatisierung fällt. Die Perspektiven für historisch benachteiligte Gruppen wie Alleinerziehende, Immigranten, Behinderte und ältere Menschen sind besonders düster. Die Informationen stammen aus dem aktuellen Bericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Die Sozialhilfe-Empfängerquote liegt bei etwa 90,3 Prozent und einem Fünftel der Bevölkerung fehlen die notwendigen finanziellen Mittel, um grundlegende Bedürfnisse wie Heizung, angemessene Kleidung und eine gesunde Ernährung zu decken. Der Bericht betont, dass Obdachlosigkeit ebenfalls ein großes Problem ist, mit schätzungsweise 860.000 Menschen, die in Deutschland ohne feste Unterkunft leben. Es ist klar, dass Deutschland sich angesichts dieser bedenklichen Daten gedrängt fühlen sollte, seine Sozialpolitik zu überdenken und wirksamere Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut und zur Förderung der sozialen Inklusion zu ergreifen. Der Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung erfordert eine ehrgeizige, zielgerichtete und umfassende politische Aktion. Es handelt sich hierbei um eine Priorität für die gesamte Gesellschaft und sollte nicht nur von der Regierung, sondern auch von den Bürgern, Unternehmen, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen angegangen werden. Quellenangaben Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung Bericht über Armut und soziale Ausgrenzung in Deutschland, 224 Mittwoch, 10. April 2024 Autor Anita Farke Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Autor Anita Farke Danke fürs Zuhören. Untertitelung des ZDF, 2020